Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Hallo Johannes. Guten Tag. So, ich wusste gerade, ich habe meinen Livestream laufen auf Twitch. Schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich nehme den Bus 11.20 Uhr und bin dann bei dir um 12.30 Uhr am Bahnhof bei dir. Ich hatte eben eingestellt, dass die Webcam funktioniert mit Krobatiers. Nö, jetzt spinnt die wieder rum. Ich habe jetzt kurz den Prozess gemacht, Webcam raus. So, was hast du denn? 22.15 Uhr vom Fürstenau-Schulen nach Niederrussien Zentralanzenstelle. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, den Umlauf, weil ich glaube, wir haben da... Oder fährt nichts Früheres. Um 22.09 Uhr. Ja, das hört sich doch schon besser an. Ja, 22.12 Uhr kann ich dir geben. Jawohl. Und dann bräuchte ich noch bitte die Busrechte. Ja, kommst du? Kannst du noch hin? Ja, Rakete? Ähm, ich habe gesehen, ich habe nicht die Folgetour bekommen, sondern die danach schon. Die andere ist aber laut, also in Echtzeit... Ich bin ingehm noch an der Stelle, aber in Echtzeit ist es schon fünf Minuten her. Kann man die immer noch? Ähm... Also Abfahrt wäre 21.45 Uhr von Bahnhof nach Hiedingshausen Gasthausen. Ähm, und du hast jetzt hier um 22.05 Uhr schon... Ja. Ja, warte mal, dann nehm ich die mal eben raus und guck mal, ob du was... Nimmst du halt nicht mehr raus? Ja, ich bin mal... Du warst hier 5.16 Uhr unterwegs... Du bist aber dann wieder da... Was hattest du im Game für eine Zeit? Äh, 2.40 Uhr und Abfahrt um 45 Uhr, also passt genau. Ich habe hier nur 22.25 Uhr. Also kann... Ja gut, dann ist es wahrscheinlich schon zu lange her, dass man das macht nachträglich. Perfekt. Na gut, okay. Da ist so eine Verspätung nicht mehr reingefahren, klinge. Alles klar, Maus, ist okay. Ich bin... Ingame bin ich noch richtig in der Zeit. Ja, wer Abfahrt in drei Minuten. Na, Johannes? Ist halt schon sieben Minuten her. Ja. Von Echtzeit. Äh, ich habe... Stopp. Einen Moment, Johannes. Stumm dich mal bitte im BBS. Der ist hier auf, wie du umläufst, ja gar nicht mehr als Fahrer an. Wer kann denn mehr verflügt werden? Ist man hier rollen, oder was? Ähm... Der ist besetzt. Passt. Der ist besetzt. Perfekt. So. Jetzt nochmal an dich. Der Livestream läuft. Schönen guten Abend, Sascha. Schön... Ja, schön, dass es geklebt hat, endlich, ne? Für... Nee. Ja. Für dich? Ähm, Sascha, das Problem nur, meine Webcam... Ich hatte das eben eingestellt, dass, äh, die Kamera mit Chroma-Key funktioniert. Ja. Und jetzt auf einmal ist wieder oben ein grünes Ding und ich krieg's nicht weg. Okay. Also hab ich jetzt gesagt, kurz im Prozess, Webcam aus. Alles klar. Naja. Ähm... Ähm... Unter wel... Ich wollte mir jetzt diesen neuen, äh, Bus mieten. Eigentlich reicht mir das auf. Den, ähm... Äh, ja, nee. Den E haben wir nicht drin. Aber trotzdem vielen Dank. Nee, mieten. Achso, okay. Unter welchem Namen fällt der denn? Welchen denn? Ja, den, äh, das neue Pack. Ja. Oh Gott, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht sagen. Wo hast du von 136 Uhr? Äh... Ähm... 22.15 Uhr, kann ich dir was geben? Ähm, das Rückdingens würde ich eigentlich sagen, umgang vorn, weil ich weiß, dass es mit dem Dreier auch so ein bisschen späusig wird, umgang. Das wäre jetzt hier fürstensschulen. Achso, ja, umgangsschulen. Achso, wer das jetzt? Äh, naja, das hat den Dreier auch so auch keinen Späusch. Gibt es noch irgendwas in der Stadt oder ist das schon alles weg? Ich bin mal hier durchgehoben. Hm... Hm... Such da irgendeinen raus, Johannes. Passt schon. So. seine straße gewerbegebiet habe ich hier noch ja wenn das sein das ist nichts was gerberstein nach bundesberger alle hätte ich hier noch ja das können wir machen ein paar minuten haben wir noch so dann passt das ich habe doch einen im betrieb ein elektrogelenk bus solaris ja das passt ja klappt ja alles so ich fahre von sinne straße west gewerbegebiet nach gerolstein bahnhof ok schön naja ich muss ich musste mir noch die karte installieren das hatte ich alles noch nicht geschafft warte mal auch gott drei minuten ehrlich jetzt schon verdammt was ist los jassen ja die umläufe gehen lang sind es ist eine katastrophe bist du bei uns im pc also natürlich ich wollte schon gerade sagen ich kann sich ja nicht mit dir reden entschuldigung das sind unter welcher kategorie fallen denn die neuen e busse ich bin echt überrascht was heute in der leitstelle los ist ja da wird halt gern gefahren das kann ich nur verstehen also warte mal jo sve ja ich brauche noch weitere tor bitte ja du kommst du egal das wird immer besser hier man jetzt was anderes oder alter um sich dachte jetzt mal endlich kein felden hätte ich da noch ja doch 22 25 22 u 9 schön habe ich dir reingepackt aber es ist schön dass es endlich mal klappt leute guckt mal beim lieben johannes vorbei den ich hier gerade den link reingeschätzt habe der fährt nämlich auch mit wer fährt mich? der johann fahr auch mit nein die blöden sprüche geben mir nie aus ja glaube ich dir so ich werde mir schon mal alles geben wo ich mich benehm und der liebe johannes wie gesagt ähm der könnt ihr ihn gerne auch unterstützen und wird und er trefft er trefft ihn nämlich auch bei nächstes jahr bei der farmcon farmcon scheint hat er jetzt schon farmcon schon veröffentlicht wann der termin ist und da werde er auch ich da sein da könnt ihr mich auf jeden fall da habe ich sascha da habe ich auf jeden fall auch frei perfekt so ab fort ich bin da leider nicht bei ein fahrgast hat einen herzinfarkt bitte warte 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 105 an leitstelle 102 an leitstelle fahrgast hat herzinfarkt wittsburger straße stehe ich noch alter war das ein schrei wie lange hast du noch pause äh ich hab eigentlich abfahrtzeit warum kriegt da auf einmal einen herzinfarkt alter was geht da ab ja da musst du eben 2 minuten 55 dort warten 102 hat verstanden zeit für eure käffchen ein herzinfarkt ich habe gedacht was schreiten da auf einmal so ich habe ich habe gedacht was da was schreiten da auf einmal so hilfe mein plan war jetzt eigentlich an die regensburger straße den rettungswagen zu schicken dass du wenigstens weiter fahren kannst aber selbst das hat nicht funktioniert du hättest da 5 minuten gestanden gut dass ich stehen geblieben bin ja ein glück bist du da jetzt stehen geblieben aber du musst die tür vorne auf lassen alles klar sonst kommt der nicht weil ich hab schon gedacht was schreiten da auf einmal so ja klar weißt du der neue emote hier oder mein neuer emote den ich da hab der passt wirklich gut dafür weißt du da schmilzt jemand echt zusammen zack 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 ja wenn du damit nicht rechnest wenn du wirklich komplett gechillt auf deinem stuhl sitzt und fährst und die schreit auf einmal du bist so hart am zucken das ist unlauber ja ich weiß guck mal das geht richtig ab wie mein neuer emote ey da geht die luft raus ey neben dem anderen bus das funktioniert nicht wie es funktioniert nicht ja ich komm mit dem Drucker nicht klar da muss ich nochmal gucken ja denk dran da musst du mal einen umlauffreien Ballern gell nö nö ah ok ich hab ja noch Zeit ja jetzt hat sich der Lightchain Simulator auch aufgehangen tschüss hallo hallo schönen guten Abend guten Abend vergebt ihr noch Tour? ja klar dann hätte ich gerne eine ey was ist wieder heute los aber schön dass es mal wieder geklappt hat ja kann ich mal find ich auch 22.15 ja gerne und sollst du die kriegen eigene Bus auch? ja gerne sollst du auch kommen dankeschön ich kann ja den Funk ausmachen wir sind ja im Discord ok danke mein Funk ist aus ich hab ihn bloß über den Stream laufen und der bleibt dabei ok mhm ich hab schnack Luanator Lunanator gewesen alter jetzt ab digger sag mal braucht der wirklich so lang? äh warte ok und guck mal wie viele Minuten da man braucht ist jetzt gleich da 16 Sekunden 12 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 0 bumm bei mir läuft er noch die Zeitrunde alles klar ja mach mal Tür zu und wieder auf ist das doof? ne was steht denn oben bei dir Sascha? Hilfe kommt in hm ja er hat er nicht oh weil der noch an der Start hat gestillig steht jetzt oder was? ja toll was heißt das jetzt? uuuhh soll ich den nächsten fahren oder was? Fahr ich hab dir einen neuen Rettungswagen geschickt alles klar wie geil ist das denn? ansonsten ist das halt so da muss die alte einfach reden ja was soll ich dir jetzt sagen? wenn der scheiß Rettungswagen nicht kommt was soll ich denn machen? da kann ich ja auch nichts dafür soll ich jetzt hier nochmal stehen bleiben? ne ähm du 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 kriegst den an äh wirkaufsstraße alles klar dauern auch nur 4 Minuten 20 aber lass jetzt rein hab ich weniger Stress jetzt kannst du aber klicken mit 5 Minuten hier mehr ich kann ja sagen wenn der bald gezwängte ist ich kann ja sagen wenn der bald gezwängte ist was soll ich dir jetzt sagen? was soll ich dir jetzt sagen? also schön reden bringt mir da ja auch jetzt nichts muss ich mal kurz nen Clip machen n rsg 109 achso der ist da achso guten abend ja was ist halt so geht's ich kann doch auch nichts dafür aha jetzt ab ist er abgenippelt ey ja er hat halt was soll ich jetzt machen? was soll ich jetzt machen? Soll ich doch hier schön reden, oder was? Nein, alles gut. Ja, Johannes? Äh, wirst du immer noch im tiefsten Winter? Nee, diesmal nicht. Äh, ja, ich hab... Schnee, ich leg zur Kaida mehr. Doch, Schnee, ich leg doch so leicht. Nippel, dann Fahrgast ab, ey. Ja! Geil. Hat's halt Pich gehabt. Boah, willst du schon wissen, dass es eine Sie ist? Weil's meistens die Weiler sind. Weil sie wieder irgendeinen Typen gesehen haben. Was soll ich dir jetzt sagen? Also, bitte dich. So, der ist in 1 Minute 41 da, ne? Soll ich jetzt da halten, oder was? Ja, klar! Welche Route fahr ich denn? Wo ist denn der Verplan da? Circa 2 Minuten, ja, dankeschön. 6 Minuten Verspätung, ja. Oh, das ist aber eine kurze Tour. Die Leiche, die Leiche wird dann erstmal rausgeschafft aus dem Bus. Das tut weh. Ja. Geile Leitschillen fort, ey. Super. Erstmal abgenibbelt, ey. Es ist nach 22 Uhr, das ist also... Bitte dich. Was soll ich denn jetzt sagen? Tut mir jetzt leid, oder was? Nö, getallt durch hier, das war mal hier. Ja, siehst du? Merkst du mal, ey. Ja. Ja. Geil. Hat sie erst so fast hinter sich. Mhm. Das schafft der Rettungswagen nicht. Das braucht nur 29 Sekunden. Ja, 29 Sekunden, eine Minute, ne? Ja. Dann nippelt mir ein Fahrgast ab, weil das da... Herzinfarkt. Aber der Schrei vor allem. Ach, das war so herrlich. Ich hab die erste Leitstellenfahrt, die ich nicht mitgemacht hab, ne? Aber ich hab mich ja gar nicht damit gerechnet. Ich hab mich so erschrocken. Alter Schwede. Ey, der Nippel... Obwohl, er schafft es doch noch. Eins, null. Rettungswagen ist da. Ja. Ich hör's. Oh, na gut. Ja? Ja, meine Tür vorne ist kaputt gegangen. Ich bräuchte schon nächster Zeit mal einen Werkstatt mal an. Ja, ja. Oh, Fahrgast wurde rechtzeitig versorgt. Kann ich jetzt meine Türen zumachen und abfahren? Oder doch, jetzt kann ich was. Äh, da läuft sie wieder, die Oma. Die Oma ist abgenippelt. Guten Abend. Die Oma ist abgenippelt, ey. Das ist ein Hammer, ey. Okay, alles klar. Danke dir. Kein Problem. Ja, ne, pippt die Alte bei ihm fast ab. Da geht die Tür kaputt. Ja. Hat man Manfred an Bord oder so? Hätt's grad im Stream gucken müssen, da ist die Oma vorbei gelaufen. In dem Moment war dann, äh, der Patient wurde noch rechtzeitig versorgt. Da hab ich gesagt, yo, das war die Oma, die abgenippelt ist. Aber neue Anmeldung mach ich jetzt raus. Ich hab kaum nur Umläufe. Ah. 15.000. Alter, genau, auch noch welche ab, ja? So. Äh, ja. Pfe. Ich kann das mal Gas geben, ja? So, 30 Sekunden noch. Alter. Aber sonst, Sascha, sonst funktioniert die Karte bei mir einwandfrei. Jupp, ich hab zwar 37 Fehler, aber es passt schon. Boah, ich hab 60 FPS. Krass. Naja, mach kein Ding. Ich hab's ja extra auf 30 begrenzt. Sonst wird mein Ding gleich auf 120 hochspringen. Hallo. Sascha, und morgen darf ich noch früher aufstehen. Ach so. Weil wir um Viertel vor 8 Besprechung haben. Ach so. Besprechung, was ist das? Das kann man beißen. Ich hab morgen Abend auch ganz harte Bespräche holen. Ich hab morgen Abend Speditionsfahrten. Da wird Convoy gefahren mit dem Winter-Event. Da wird der fette Scania ausgefahren. Da freu ich mich schon. Hahaha, geile Ansage. Alter, falter, Geron, schüttel. Und am Ende hörst du nur so ein Minus-Zeichen, was runterführt. Der ist cool. Also das ist wirklich ein geiles Gadget. Da wird keiner mitfahren, alles klar. Wie viele Umläufe hast du denn noch zur Verfügung? Nichts mehr viel. Alles klar, dann kannst du mich da schon mal rausnehmen dann, ne? Oh. Ja, ich bin angekommen an der Enthaltestellung und würde gerne eine neue Tour fahren. Ja, ich muss mal gucken. 22,25 kann ich den geben oder 22,15? Welche wäre das? Das hätten wir nicht fragen, ne? Fürstenau-Schule nach Zentralhaltestelle und einmal Gutesberger Allee nach Gerolstein. Dann gib mir mal die zur Zentralhaltestelle. Hallo. Ja, ich bin er. Alles klar, danke schön. Dankeschön. Jo. Hey, ho. Wenn wir schon mal dabei sind, kannst du mir mal bitte diese Gutesberger Allee-Runde, dass du mir meine Rücktour schon mal reintun. Hallo. Ja, das war halt dann jetzt. Vielen Dank. Kein Problem. Schön. Das gefällt mir richtig. Männer, ihr seid die Besten, ey. Seid die Besten. Du hast ja die Beste, Bill. Schlammer aus, ey. Ich weiß einfach nicht, gut bin. Ah, komm, du hast mir das doch eingelollt mit dem Herzinfarkt. Ich. Ah. Weil ich würde sowas niemals tun. Aber bestimmte Kekse, ey. Die hat bestimmt so auf einen geilen Keks gebissen an einem Herzinfarkt, ey. Könnte ich mir mal gut vorstellen. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ich kann uns nicht viel zu sagen. Ja, das stimmt. Ja. 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 So, und ich anders halte. Mhm. Ist alles richtig schön auf jeden Fall. Ja. Das wird richtig schön. Hallo. So, jawohl. Das heißt, wir können dann, oh ne. Gut, wir können uns zwar nicht die Nacht durchfahren morgen, aber auch wenn's nur bis 15.30 geht, aber, äh, wir machen das Step by Step. Wir machen das zwei Touren. Ja. 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 Das sehe ich auch so. Mhm. Genau. Auf jeden Fall. Hoppala. Beim nächsten Mal gibt's eine 24-Stunden-Leuten-Stille. Mhm. Wär ich sofort dabei. Ja, doch. Ich auch. Wieso? Ja, winke, winke. Was denn? Justin macht dann, macht dann halb-halb, ne? Ich mach den taktischen Convent-Lock. Äh, so halb-halb und, ähm. Ich hätte gerne Karte für eine Kurzstrecke. Zwölf Stunden du, zwölf Stunden ich. Jo. Dann passt. Also Leute, ich wäre dabei. Glaub ich dir. Ja, die nächste Leitstelle findet auf dem Gebiet statt. Ist das dein Ernst? Ja, doch. Stell dir Dreieck. Bitte. Nee, auf gar keinen Fall. Stell dir. Warum denn nicht? Nee. Naja. Na gut, Leute. Ich komm auch an meiner... Ah, fast, ne? Ah, zwei hab ich noch vor mir. Okay, perfekt. Aber ihr Lieben, ich sag schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart an der RSG. Und, ähm, bleibt noch da. Meine Lieben, dann schicke ich euch nämlich jetzt zu jemandem weiter, der nämlich auch jetzt hier noch mitfährt bei der Rhein-Silver-Gold. Und, ähm, da kommt der nächste Anruf. Kack-Kräg. Ja? Wart mal noch ab. Wenn euch gefällt, auch gern bei ihm Support da lassen. Und an alle anderen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das dürfen wir gern öfters machen. Vielleicht, ähm, im Januar. Da kann ich dich auf 150 schicken. Und, ähm, ja, schönen Abend noch. Wir sehen uns morgen zum Livestream um 15.30 Uhr. Äh, da fahren wir auf jeden Fall bis 0 Uhr. Ja? ETS 2. Gerade das haben wir Transportgeschäfteskonvoi. Da darf auch jeder mit auf dem Server mitfahren, ne? Also, viel Spaß und kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Ah, Vielen Dank für den Wait. Bitteschön, mein Lieber. Ehre, Ehre. Ich muss, äh, so. 102 an Leitstelle. Ich danke schon mal für alle, die mitgebracht haben. Verabschied mich, verabschied mich jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Ich habe ein Problem. Die Fahrt wurde nicht korrekt abgegeben. Johannes, die Tür ausgeschaut. Ach, jetzt auf einmal. Klar, musste die Tür aufmachen. Entschuldigung. Holzkopf. Holzkopf.